Ja, mir hat ganz besonders gefallen das wirklich breite und facettenreiche Repertoire. Ja, man ist ja normalerweise, wenn man eine neue Band zu hören, hat man immer geneigt, sich in eine Schublade zu suchen, wo man es eintrücken kann. Klingt wie Nightwish oder klingt wie Oasis oder klingt wie Donner Summer of Speed oder sowas. Ich habe bei euch nach einer Schublade gesucht und nicht so richtig was gefunden. Das fand ich unheimlich gut. Gesang vielfältig. Ihr seid extrem präsent auf der Bühne. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, dass der Sound sehr speziell ist, dass ihr die Bühnen präsent habt und die Simone schon ansprach. Und ich fand, dass ihr mit diesem kurzen Ghostbusters Cover genau das gezeigt habt, was ich vorhin meinte, sehr eigene Sound drin hatte. Das hätte ich gerne noch in der Ruhr-Revolution gehört. Ich finde es rundherum klasse und gelohnt. Danke. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.